Ja, aber da war es jetzt auch noch da. Aber die kleine Runde ist im Teppowassen. Schau, hier sieht man es sehr. Du kannst es ganz oben anschauen, oah, wie eine Schnitzel ist. Brumm, 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 brumm. Aber in den Brumm, man sieht dann, schaut er, brumm, 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 brumm. Aber ich habe schon gemerkt, da will ich nicht ganz oben haben. Und das ist schon Spaß, wenn wir dann am Bergenfahrt gehen, auch so wahrscheinlich, weil es dann so ein Stück schön zu fahrt. Darum war es gut, noch ganz zu fahren, weil der war halt runter im Garten. Der schaltet runter und ich bin dann aber so ein bisschen zügig. Also ich fälls halt los und dann irgendwann lass ich halt extrem nach, weil ich mich einfallen kann. Aber das macht mir halt Spaß. Gehen wir mal weiter, weil der nächste zum Spielplatz ist schon noch weit, oder? Ja. Aber da muss man hier zum Kreis gehen, oder? Ach so. Ich will es mal ein bisschen machen. Ich will es mal mit zum Schlafverboten gucken. Oh, ja, ja. Das ist ja so, dass sie drei Löwen-Männer haben. Da haben sie auch so drei Löwen-Männer, aber das ist ja so. Sie haben eine eigene Ben soit. Das ist ja so, dass sie einen Bödel machen, die ein Bödel ist. und das ist auch prima. Ich war alt, das war ein Schnellrecht weg. Ja, wenn man aus Asien selbst etwas sagt, das ist ein Südenwander. Ich hätte mich selber auch noch etwas eingehen. Das ist genau bestätigt. Das ist ja ganz schön. Ich könnte fast backen die Schnell semaines. Das ist ja so. Ich möchte fast backen die Schnellungen an. Das ist ja... Ich will einfach noch etwas gucken. Ich möchte noch mal Museum für einen Bödenoment, das ist ja noch ein Typ. Ich möchte noch ein Typ. Jaaa! Super! Der läuft ja richtig gerade, der Peps. Ist keine Bärchen, sonst kann ich nicht festgehen. Ich kriege noch nicht die Bogen. Ich habe auch viel Abschied. Ich habe auch viel Abschied. Ich habe auch viel Abschied. Versammt auch die Wälder. Und da haben sie schon hinter den Peps. Oh ja, das ist echt super. Perfekt. Ach, das ist noch ein bisschen der Hunde. Ja, ich habe einen Hunde. Hier ist das Hunde. Ich habe einen Hunde, da ist noch ein Hunde. Guck mal, die Hunde. Am Konto und Süßes durch die Hunde. Wird wir so am besten sehen. Wenn Sie mal vor, die will sich dahinter sein. Dann will die noch gar nicht erinnern. Ja. Das heißt, dass sie das Holz sehen. Ich glaube, ich auch. Also ich schaue das gar nicht an. Ja, ja, ja.